Herr König möchte sein Haus verkaufen. Wie findet er den geeigneten Käufer für sein Haus? Sind alle Genehmigungen vorhanden? Sind schöne Fotos vom Haus vorhanden? Wer hilft dem Käufer bei einer Finanzierung? Was muss in den Notarvertrag zu meiner und zur Sicherheit des Käufers? Sind Grundrisse und Pläne vorhanden und ausreichend? Wenn es um so viel geht wie bei einem Hausverkauf, sollte man nichts dem Zufall überlassen und sich einen Profi suchen, der alles in die Hand nimmt. Wir von Timber Immobilien kümmern uns mit Herz und Erfahrung professionell um Ihre Immobilie. Wir erstellen je nach Bedarf für Sie. Objektfotos vom Profifotografen. 360 Grad virtuelle Rundgänge. Übersichtliche Grundrisse. Unterstützung bei einer Finanzierung der Immobilie. Durch direkte Kontakte zu Entscheidungsträgern bei Banken und Finanzierungsvermittlern. Rechtliche Fragen im Vorfeld klären. Und wir erstellen und erklären den Notarvertrag. Wir finden Kaufinteressenten für Ihre Immobilie und prüfen, wer der richtige Käufer für Sie ist. Wir sorgen dafür, dass der Verkauf Ihrer Immobilie ein voller Erfolg wird. Wir erfüllen Ihre Träume. Ihr Team von Timber Immobilien. Ich hoffe, wir setzen Ihnen hier dass der Verkauf might unsere Actually in der May. Wir schallen Sie in den Notarvertrag. Wir schauen dir, dass sie immer mehr